Ja, weil mir jetzt Guido Buch hat, 9 zu 1 hat die Lotto-Elf gewonnen. Wie haben Sie das Spiel gesehen und das drumherum hier in Saarburg gesehen? Ja, das Spiel war am Anfang sehr schwer. Das war auf einmal unheimlich reich. Wir haben uns schwer getan. Die Saarburg haben hervorragend gegen uns gespielt in der Verhandlung. Und drumherum war eigentlich optimal organisiert, hat unheimlich Spaß gemacht. Und wir sind sehr grandemier. Sie spielen jetzt auch schon eine Weile bei der Lotto-Elf. Was treibt Sie an, hier bei der Lotto-Elf zu spielen? Sie müssen ja auch mal ein paar Kilometer fahren, um dann hier zu den Spielorten zu kommen, oder? Ja, das ist richtig. Es ist eine lange Strecke, aber ich kann ein bisschen Fußball spielen. Wir treffen uns, die alten Kameraden, alte Gegner. Und immer haben wir noch für einen guten Zweck was. Wir können Geld einspielen. Es gibt nichts Schöneres, was zurückzugeben über den Fußball, über den Spaß.